und starten sie hinterher, weil ich nicht sicher bin, ob ich es schon gestartet hatte. Er ist schon da. Ja, Cestrix ist schon da. So, wir spielen eine Runde Rocket League. Ich gebe euch mal gerade... Und das ohne Vögel. Oh ja, tatsächlich. Ich gebe mal gerade die Teamspeak-Adresse, falls jemand noch mitspielen möchte. So ein Stündchen dachte ich mir, spielen wir das jetzt gerade eine Runde und danach schauen wir uns das Spiel Pony Island an. Was auch immer Sinn und Zweck dieses Spiels ist. Ja, Rocket League. Ja, das letzte Mal hatte ich mit dir ja einen Höhenflug. Das war ja schon unverschämt, was ich da abgeliefert hatte. Ja? So. Ich habe ein bisschen geübt wieder. Du hast geübt? Oh, 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 Rocket League. Ich gebe euch jetzt auch zu. Deshalb habe ich jetzt noch ein paar andere Autos. So. Und Rocket League kratzt direkt ab. Ja, super. Dabei habe ich noch ausgetappt. Welche Pornos lädst du schon wieder nebenher runter? Die Frage lautet, welche ich nicht nebenbei runterlade. Bumbi Stoku hoffentlich. Bumbi Stoku, ja. So, liebe Freunde. Wie gesagt, Teamspeak-Adresse habe ich euch gepostet. Wer mitmachen möchte, ist natürlich herzlich dazu eingeladen. So, Cisrix. Inweid müsste gekommen sein mit dem guten Bumsbus. Guck mal hier. Da ist das Katzenauto. Ja, das wird, das... Okay, ja. Hast du noch mehr im Angebot? Ähm. Okay, mit dem Heiligen Schein. Das Katzenauto macht bisher am meisten her. Das ist auch das Neueste. Okay. Ja, dann, äh, wollen wir mal Online-Spiel. Spiel suchen und zwar Rumble-Modus. Spiel ich persönlich immer noch am liebsten. Hm. So, leistungsschwach. Ah, das ist schade. Ich bin gerade nicht sicher. Ich könnte, glaube ich, keine Freunde aus dem Playstation-Network mit einladen, ne? Nee, du kannst ja nur über Steam einladen, leider auf der PC. Habe ich mir fast gedacht, habt ihr... Weißt, dass die irgendwie mit dem Code vom Spiel dann joinen können? Wow, wir joinen direkt? Keine Ahnung. Ja! Fängt schon mal gut an. Das war's mit dem. Nee, aber fängt schon mal gut an. Das zählt nicht. Das ist ein Tor hier vor, halt. Ja, das fängt gut an. Direkt in-game. Äh, ich geh drauf. Ich versuch, meinen ganzen Körper da reinzulegen. No, 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 no. Fuck. Äh. Ah. Schade. Ich hab noch versucht von der Seite. Aber mehr als versuchbar ist. Okay. Ich geh drauf. Oh. Ich hab eine kurze Verbindung. Im Action-Problem. Ich bleib grad ein bisschen hin. Auch wenn das... Dann werd ich erst mal... Ja, der muss drin sein, Leute. Boah. Bär er nicht hochkühlt. Nein. Oh, da hat er den. Aber das... Der war echt nice. Da kannst du nichts gegen sagen. Der hat echt noch nice reingeholt. Ja. Der Lump. Der Schäbige. Ah, muss ich hinlassen. Nein. Nein, fuck you. Ah, das ist nicht mehr. man merkt aber dass ich über tage nicht gespielt habe von 100 stacheln er hat nicht schlimm aber den hau ich ihn weg immer mit dem ball und er ist sehr nice weil die noch vorher weggeklickt habe ich sehr schön sehr schön er war der weg noch recht gedraubt da gibt es auch ein schönes fall tätig für den bums bus ich habe noch nicht rausgefunden wie man unter spielern tauscht kollisionen mit euch gezielte ja ich habe gesehen vielleicht hatte den gummi trockene war es nicht klar weg mit dir sehr schön und er muss drin sein und der sieg ist wichtig aber 150 punkte bisher aber was für die waldfee das liegt gar nicht dran dass wir schlecht sind es liegt an dem hohen ping von den server ja machen wir schuld direkt davon abhängig ja aber ich habe kein speed mehr doch kann ich ihn friezen ja das sieht gut aus gut aus er ist ja der freeze reicht schön vorher stillgelegt sehr schön hier siehst du da kommen jetzt die alle lumpen nur der sieg zählt wieso ziehst du das gesicht ach so du hast hier eine suppe verbrannt ja das ist doof also lippen und zunge ist immer kacke was auch nur so richtig übel ist wenn du den gaumen oben verbrennt ne ne der geht noch ach schade wäre noch schön rübergegangen ne ha 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 wuhuu hier dolla dolla pilzchen oh sehr schön zunge ist empfindlich ja die zunge ist empfindlich damit kann man ganz viele dumme dinge tun hauptsache poncho hat mich was wolltest du jetzt sagen ping von null weil das eine ai war ah eine ai immer noch ach ja der ping ist alles so dazu einschüften aber ich bin beruhigt dass nicht nur mein ping im arsch ist ne grad nicht aber vorhin als ich mal gespielt habe waren sie alle noch super ja keine ahnung was da grad los ist ich bin ja schon begeistert dass youtube mittlerweile einen großteil der videos freigegeben hat die mit der gema ja immer die ganze zeit am hadern waren äh streamt deutlich lauter als du der stream ist lauter als ich? nein meine stimme ist im stream lauter als deine ok dann sollte ich vielleicht gleich mal ne boost bei dir raus ne oh fucking hell der ist drin ne ich hab mit dem magneten rausgefummelt und eis gott sei dank drinnen kennst du dich ja eiskräfte fdw fuck it das stimmt schon wieder honda das sich mit dem fummeln gut auskennt dann wär ich ja ja von der turs man nennt mich auch ähhhhhhhhh dann frage ich mal ob ich vorher honda weiß dass du gut fummelst ja man hat meine drippelkünste doch schon gesehen da muss man dann doch voll ausgehen ähhhhhhhhh fucking hell so close dran vorbei ich muss mal grad äh dich dann wahrscheinlich weniger boosten äh lautstärke anpassen ja ich hab dich boost 10 machen wir mal nur die hälfte kannst du kurz was sagen? kannst glaub ich wieder auf normal runter machen ja sollte so besser sein auf jeden Fall mich ärgert das grade mit den spikes ne echt so knapp dran vorbeigezogen ich war immer noch lauter als du ähhhhhhhhh ja was sagt du kannst auch von meiner seite kurz machen ja warte 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 ok ich bin wehren im game so frei ooooooooooooohhhhhh yeah baby oooooooooooohhhhhh oooooohhhhhh nein Gott sei dank daneben ne 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 hab ich noch rein gemacht? schade leider knapp vorbei wurde eiskalt nämlich abgebumst weißt bummi spielt auch mit? ja der alte Bumser und rüber zur anderen seite damit sooo achso deiner spikes ich denk grad so hä? wo kommt nix komisch ich hab unserem eigenen Mann nicht bei geklaut mit den spikes und da wurde ich weggenagelt von vorne frontal ganz trocken die du hast das doch am liebsten heheheheh heheheheh oh der könnte und nochmal in die Mitte damit nein 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 das ist doch mal das sagt mal Racer heheheheh wenn ohne Scheiß schaut euch den letzten ne ist doch weiß gar nicht ist der schon oben auf YouTube? ähm das letzte Rocket League Match boah war das gut ey warum hast du es nicht als Replay gespeichert für deine Pinnwand noch? weil einfach was geil war ich gibst draus arbeiten ja 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 geh mal weg kriegst du reingespielt? ok mach ichs los äh also die drei Tore hat jetzt auch nur der Hazard gemacht ne? nein eins hast du gemacht die eins hab ich gemacht beim letzten dazwischen warst du noch mit dem Haken ne das war aber nicht mein Tor ich hab versucht den Ball noch zu holen trotzdem hast du es als letztes der den Ball berührt hat das hat das unweigerliche Schicksal aber nichts oh fuck you nein Gott sei Dank Gott sei Dank Gott sei Dank das passiert mir sonst nie dass ich zu schnell bin und rein oh sweet schön abgewartet hier und da komm ich von der Seite abgeklaut und drin sehr schön und da freut sich auch ja die weiß die freut sich aber glaub ich eher wie Knöde wir müssen irgendwie in den paar Sekunden hier noch ein Tor schießen kann man nicht nein leider nicht nun gut unverdient aber gut der war leider ziemlich gut der eine Typ der hat aber auch alle Tore gemacht danke oh limitierte Raketenspur Candy Corn nee ich bin die Halloween Items ja aber ich bin ja der Bums Boss aber den kannst du trotzdem da hinten dran das ist doch geil dass du die Kinder mit Candy anlockst nein nein ich muss mit Geld um mich schmeißen nein du musst die Kinder mit Geld anlocken äh mit süßigkeiten ich muss die Kinder mit Geld anlocken genau es ist ein Bums Boss kein Pädoboss Mensch das war ja schon ein schönes T-Shirt ist Meta oh es gibt Regen ja haben sie neu gemacht wir wünschen ein bisschen mehr ah ok ich hoffe der Ping normalisiert sich dann nachher irgendwann nochmal weil nur eben was weil nun eben was wieso wirst du halt warum ich bin auch noch unsicher oh Gott der hat zwei AI's im Team das heißt nur dass der schlecht ist wer der die AI's schlecht oder der wer der andere uh ok wenn ich den jetzt selber noch mache oh Gott der hat abgepackt ok 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 echt ähh schnell aggressiv im ah nein bekommt keiner mehr wie hat er denn gemacht wie hat er denn gemacht ähhh wenn du es zu uns jetzt einfach hin was wird der mensch hat mich verwirrt so die kelle was sind der volks verwirrt alle gerade im chat ich glaube der fuchs ist muss mal wieder im bau die ist ja gerade am packen zu viel endorphine dafür komme ich nach vorne sogar dann bin ich auch schon da ich rede jetzt mit ad an okay es von da ist einfach nur ja wir männer sind rational und zuhören nichts über multi supply fähig aber nur im dualen modus wenn der hat er mich noch weggedrängt für mich hat er dann weggeport in dem ich ihn auch geportet hatte oh ja baby da komme ich aber was dann der jetzt wieder her da war man schon zu zweit dran ja aber er war besser dran sehr nice der mich von der seite der bühne hier machen wir gleich die vorstellung hier der strömung für mich nein nein oh was für eine glanzparade Hast du das gesehen? Von der anderen Seite rangehen, lass mich von der anderen Seite. Hast du das gerade gesehen, verdammte Scheiße? Dieses Tor? Dieses unfuckig passbare, verhinderte Tor? Ja, dann nochmal, komm mal. Oh mein Gott, das war so eine Glanzparade. Auf der Linie habe ich gekriegt. Wahrscheinlich auch Punkte dafür gekriegt, oder? Gut, 60 habe ich dafür gekriegt, ja. Weil ich auf der Linie den weggezogen habe, ey. Ich habe immer noch 0 Punkte. Ja. Aber hast du eben noch trainiert, hast du gesagt? Ey, ich bin Level 28 inzwischen. Ja, sag das Level wohl nichts, wird es gehen los. Jetzt wissen wir schon lange. Und? Dann mache ich es selber. Voll nicht, warte auch noch einen Preis, ne? Ja. Ja. Was soll ich dazu jetzt sagen? Geh weg. Neu. direkt vorbeigejumpt und rüber in die mitte das muss ich so üben ich hab mich nicht gedreht, ich dussel ach, schade das war echt knapp, ne? hier, da ja, hättest du ein bisschen näher dran sein da hättest du wahrscheinlich mehr Zug dran gehabt zum Wunder ziehen ja, ja, das war aber schon nice aber das ist ein gutes Spiel gerade, ey und rüber äh, knapp, 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 knapp komm, komm, komm ach, Schuss zack, ey und rüber jetzt aber hier kann sogar drin sein und rüber und rüber jetzt aber und nochmal komm bitte jetzt aber jetzt, halt alter, nein 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 Schokoladenspiel kein Nachspiel, kein Nachspiel Keirückzieher, plus 10 Punkte Sonder mit doppelter Verneinung? Ich bin ein Mann, ich versteh das nicht Was ist eine doppelte Verneinung? Ich gehe es einfach mal, weil Sonder da geschrieben hat Ich glaub das nennt man doppelte Verneinung Wieso bremst der den denn so? Gewischt Ich wurde auch direkt erstmal weggetreten von den Lopen Ich hab schon ne AI dabei Die oder die? Gegner Dann ist ne AI Der ist drin! Sehr schön! Ich hatte schon hier die blöde Faust angemacht Weil ich davon ausgegangen bin als H Der Ball kommt mittig Du brauchst nur noch rein Und irgendwas weg nachs Sehr geil! Guck, da sind die Candys da hinten Hier! Geld Bitches! Sehr geil! Oh, 380 Punkte! Mensch! Bia! Bisschen stolz! Bisschen stolz! Ich bin nicht so ein süßes Möllchen Dein WhatsApp irritiert immer Das ist meins Ich hab's vergessen auszumachen Der Thrake, nur macht man das! Schön drin bleiben Ja, hier mit dem Ball kuppeln kuscheln Hm, kuppeln kuscheln Ich hab' mich hier nochmal von ihm Mein handler hat habe ich gar nicht gern Chevalade Der Ball bleibt schon hier Der Ball bleibt schon hier Sollen wir noch mal neu anstarten, die Suche? Ja, meinst du? Ja Okay, machen wir das Irgendwie kommt da nichts Ein bisschen schade Ben ist auch nicht da, der hätte direkt mitgemacht Bin ans Mischpult gekommen, Honda Ja, genau Deswegen habe ich gerade wie ein Roboter gekluckt Das kann natürlich auch sein Warte mal, jetzt kann ich auch nicht Lautstärke wieder anpassen auf 100% So wie sein sollte Dass aufgrund dessen, dass der Ping so dezent scheiße ist Franziger Ping, das hört sich dann wieder mal gut Und dann Tokio Map Unter anderem mit 300, aber das ist mir egal Das ist mir egal, aber die, Gott sei Dank, weil der Ping so kacke ist, dass einige Leute gesagt haben Wir waren wahrscheinlich auf irgendein Server, der gerade abgekackt ist Nein, nein Den lasse ich nicht reingehen Oh Gott, das muss drin sein Der eine Nico Hör ich jetzt wieder normal Der eine Nico Kann nicht auf den Verwanderern Äh, okay, geht drauf Geil Ich stehe ja drauf, wenn die Gegner am Anfang alle noch wegkommen Ich kann es auch mit Frauenstimme reinmachen Fuck, ich vergesse mal, dass der Bayer hier Oh Gott Scheiß Eis Nein, vergiss es, Junge Der hat erstmal ein Boot, der ist nicht dran Oh fuck, so viel Bus Und mit diesem Auto noch mit Kleidung Der ist drin Wahrscheinlich Nee, noch nicht Doch so lange Aber Ja, da könnte ein Kind sein Die warten nur drauf, dass ich gleich irgendein komisches Pony-Scheiß spiele Ja, aber nützt ja nichts, wenn er im hohen Norden kommt und die Gude da unten im Süden sitzt Sie hockt ja auch bald im Wohnort Nö, aber ich weiß, die Wohnung weiß ich da unten noch Und jetzt, oder? Und mit Decke Kommt In den tiefen Zügen wohne ich immer noch Und zurück mit Ballrückzieher Ich habe mich beim Rotorpark während der Halloween-Zeit Oh, ich muss hier gerade mal ein paar Gegner weg Ich glaube, ihr würdest mich hassen Bumsen Wenn ihn weggebums haben Okay Oh, okay Wow, 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 wow Knapp Und wenn der nicht noch drin ist Alter, auf der Linie gerettet, ne? Oh Gott, sie bleibt in meiner Nähe. Irgendwann überfällt sie meinen Kühlschrank und dann ist alles leer, ich weiß es genau. Und weg damit, da haben sich ein paar Leute ein bisschen verschätzt. Meinst alle? Ja, das tue ich in der Map übrigens auch noch mal, gerade wenn es mit Bekanten geht hier. Aber das macht leider viel Laune. Ist voll knapp. Oh, da könnte auch wieder drin sein. Oder? Nein! Ja! Ja, Baby! Ja! 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 Gezündet und dann auf dem Weg zur Kollision. Da komme ich noch mal von hinten. Auf alle Fälle, aber der Gegner schon abgefälscht hat. Ja, Baby! Ja, der Gegner hat mich kurz vorher weggefahren. Ach so! Ich habe ihn gerade, kurz bevor ich berührt habe, hat er mich rausgeholt. Hat er nicht rausgeholt? Na, man kriegt die beide alle nicht getroffen, oder was? Ja, der Power im Flug! Der Bugler kommt immer nur von hinten. Das kann ich am besten. Das jetzt ist sagt. Das wollte ich jetzt nur mal andeuten. Und er ist drin! Ja! 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 Da habe ich ihn nämlich gerade weggeportet. Ich hatte noch ein bisschen die Klauschmärer der Kleider als Amplen eben nie. Ich habe auch rand von dem Blinken gehabt. Weg mit hier. Da liegt ein kleiner Stern. Ja, los, sprengt. Ich hab ein bisschen Tornado. Nur für euch. Oh, der ist... Oh. Das war schön, der KZ. Der hat den Ball... Oh, ernsthaft? Ich hatte ihn mit Stacheln und wurde weggezogen und explodiert dann gleich. Weg damit. Sprengt mal ruhig alle in die Luft. Ich seh das gerne. Nee, 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 nee. Nicht da lang. Ich wollte sagen, ich hab auch schon Enterhaken direkt benutzt. Äh, hier den Saugnapp. Das war deiner, gut. War mich echt sehr knapp. Ja, war auch. 3, 2, 1 Da hat er sich ran gesaugt, die Sau. Herr Gags, das war's. Ah, ich freu mich. Beim Früh darf ich meinen Rechner abbauen. Wuhu, Geld, Geld, Geld. Dann darf ich alles neu aufbauen, wenn ich am Abend im Monitor von der Arbeit komme. So. Was sagst du? Neune. Dann hab ich eine Pause gemacht. Ein Spiel geht auf jeden Fall noch, oder zwei. Aber ich glaub, danach muss ich das Spiel vom Basti reinschmeißen, sonst... läuft der Chat, Ryan. 3 Spiele, dann das vom Basti. Hä? 3 Spiele, dann hast du ungefähr die Stunde. Ja, denk ich auch, ne? Gibt's... Ist das ein Spiel, was ein Ziel hat? Weiß das einer? Ist das ein Spiel, was ein Ziel hat, oder...? Wie heißt das Spiel? Fonny? Irgendwas? Ich hab aber nicht eins aus dem Indie-Gala. Ich hab keine Ahnung. Wir werden Spiele geschenkt. Das sind ja auch Petspiele zur Zeit im Angebot. Okay. Kein Plan. Und du weißt nicht, was dein Kerl mir schenkt? Fäte froh, dass der mit ihm immer weiß, was er denkt. Uh. Oh, der kam schlechter als ich gedacht habe. wo war das ohr wurde ich direkt weg was sie kontrolliert nicht was ihr freund macht das ist das für eine freundin die du schaust anderen leuten zu schaust die dornen waren jetzt das was nicht sein sollte der beider noch weggeschlagen schade ja mit gewalt hat es wieder hingehauen sehr schön tausch mal die plätze nein da hat er mir mit dem ding noch geklaut wie unfair wie absolut unfair ich fühl mich gemobbt ich auch vielleicht du da noch im letzten moment die scheiß schlachen rausholen hier oh RailzEye einmal von mir abschalten bis es sich meldet was weh deine freundin ich bin grad auch nicht sicher oh 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 ne leider zu schlägt boah bumsen die mich hier heut rum nein 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 ja und noch schön naja gut den konnte er auch nicht mehr damit retten ich fick einfach die gegner viel geiler hihihi so steht hinten eigentlich keiner wenn ich da naja nix da ja fuck ganz schön kein Problem ich habe ihn noch 靈 ,eine kein Problem ich hab ihn noch Das hört sich schon komisch an, wenn es so eine Freundin macht. Der sieht gut aus! Und den mach ich ab alleine! Sehr schön. Einfach die Rundung benutzt. Ich hab noch Vorlagen. Mach ich was, was keinen Sinn hat? Weiß ich nicht. Das hat keinen Sinn. Du bist ne Frau! Nein! Ernsthaft! Motherfucking Serious! Oh, kein Tornado! Und da ist das Tor frei, ne? Ja! Ja! Ach, du meinst jetzt Rocket League, ob das einen Sinn hat? Das ist Fußball! Versuchst Tore zu machen und zu gewinnen! Und Auto ist das, ja! Ja, ich hab gedacht, der Ball kommt dann von oben nochmal! Genauso, als würde ich die Frage, ob die GEZ sind. Nee, aber... Gibt sie trotzdem! Schön weg damit! Boah! Boah! Alter! Man hat aber auch die Faustmücken hier auf die letzte Sekunde rausgezogen, ne? Guck mal, da stehen drei Leute! Ja! Ach, Sacker, ey! Der ging ganz schön unter! Ja, mir was zu erklären, warum du es gerade... Das stimme ich dir anscheinend zu. Gott der Sacker! Den Sinn gerade nicht verstehe! Ich meine, ich bin am spielen! Auto, Fußball! Wie, wie kann ich dir da nicht zuhören? Also... Das heißt, wie kann ich da versuchen... ...undige... ...Gespräche! Mist! Ich mach Geräusche wie eine... Meine sind... Ich kenne es, Hura! Was? Ich weiß, du warst gerade im Chat ab, aber irgendwie macht mir das Sorgen hier. Was? Ach du Scheiße! Oh, Google! Ich glaube, ich heute... Ja, ich... Achtung, Tor! Ja, gerade 50 Punkte! Danke! Eigentlich... Oh, Mann! Nein! 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 Ich platze gleich vorerst. Okay, Negan ist also absolut vollgefuttert. Guck mal, Basti ist gar nicht mehr da. Ist der selber unten angehielt da? Nee, der ist doch ganz nur genervt von uns. Warum ist der denn genervt von uns? Warum nicht? Ich wüsste nicht, warum er sein sollte. Ich bin erst mal weggetreten, aber wollte ich es für ihn passen. Oh! Oh! Alter, wir werden hier so gelattet. Also, mir ist schon ein peinlich, ein Spiel noch danach zu machen, ne? 9 zu 1. Und ich führe mit 420 Punkten. Ah! Oh, das wird... Ich hab jetzt von da verstanden. Was möchte sie denn? Ihr hat, äh, Ian Basti gefragt, ob wir spielen Sinn hat. Welches? Dein Pony. Ach so! Ein schönes Tor von dem. Ja, das ist das Problem mit Basti. Ich fände das mal so geil, wenn ich die Gegner auseinander sprengen kann, ne? Komm, der war so schön! Oh, ich war noch mit Spikes, ne? Hier. Also, unverdient 7 Tor. Naja, aber wir enden das jetzt, diese Schmach. Aber immerhin hab ich ne Schieber mitgebracht. Damklingkiste schon wieder. Nein. Zurück zum Hauptmenü. Du bist jetzt genervt, hä? Das war, das war, das war der Zeitpunkt, wo man, wo, wo, wo mir das Spiel sagen möchte, jungen Latzes. Das war der Zeitpunkt, glaub ich gerade. Letztes GG. Gewinner ein Spiel für den besten Spieler in einem Spiel, das in Verlängerung geht. Ja, das hab ich getan. So. Oh Gott, dann stellen wir mal. Wir stoppen die Aufnahme. Der war das in Verlängerung, da war.